Komm, Hotel, IQ, Wann? Jetzt gleich. Smaschen? Du bist echt genauso, wie ich dachte, wie du bist. Oh! What did you do, baby? No, kel, it's your boy, you, z. Und wir haben wieder einen neuen kleinen Challenge für euch. Ganz, ganz leicht, ganz, ganz easy. Und zwar haben wir hier natürlich drei Wunder von tollen Jungs. Für mich Dan the man, right? Auf jeden Fall, was wir heute machen, wir rufen heute wieder Chicks an. Aber heute anders, nicht mit Kopfhörern, sondern wir hören, was die Girls sagen. Aber wir dürfen keine Sätze bilden. D.h., wir reden einfach nur so in Stichworten. Z.B., sagst du, smashen. Treften. Verstehst du, was ich meine? Und ja, geil, lass dir einfach ein Like da, 1000 Likes für ein paar zwei. Ja, ich glaube, wir fangen einfach mal an, ne? Okay. Wir rufen jetzt alle jeweils ein Girl an. Soll ich sie? Ja, ja, wir rufen. Du darfst keine Sätze bilden, je. Keine Ahnung, Schade geht nicht dran. Hallo. Ja. Treffen. Was? Treffen. Oh, wo bist du denn? Wo bist denn du? Treffen. Denn? Heute. Ja, wo bist denn du? Zu Hause. Hey, machst du gerade wieder diese Challenge von deinem YouTube-Video, oder was? Ich hab dich schon angeguckt, ja? Nein. Treffen. Heute. Ja, ich hab verstanden, dass du dich treffen willst. Aber hä, wo bist du? Zu Hause. Aha. Ja, heute komm ich aber nicht weit irgendwo hin. Ich bin müde. Ich bin müde. Aib. Yo, der fahrt mich nicht. Ey, ruf mich aber später wieder an, okay? Hallo. Ciao, ciao. Ey, joh. Ey, Junge, ey. Junge, der hat dich so... Oh, Knobel. Ich bin bei einem Elf, you're dead, bro. Und dann willst du später nochmal eine Person anrufen. Nein. Komm her. Ich glaub, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist, du bist. Shit. Achso, ja, stell dich mal kurz vor, bro. Sorry, 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 sorry. Also, what's going on? Viele kennen mich, vielleicht viele auch nicht. Aber ich bin Tapelo, aka Pretty Boy. Und, äh... Darf aber so. Ähm, yeah, let's do this shit. Hallo. 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 Ja. Komm. Hm? Komm. Wohin? Hotel. Was ist Hotel? Was? Was laberst du? Komm. Was laberst du? Komm. Wohin? Hotel. Wo bist du? Du? Nein. Komm. Hm. Ich bin nicht. Ah, cool. Wohin. Wohin? 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 Jetzt gleich. Ah, hey. Ah, hey, hey. Bett. Wie bitte? Bett. Hä? Hä? Massage, massage. Mh. Auf jeden Fall. Ah, cool. Hä, kannst du uns Sätzen reden? Nein. Nein. Du? Ich, ja, ich schon. Ah, cool. Okay, komm. Komm. Ja, okay. Jetzt? Ja. All right. Bett. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Oh, Mann. Was ist denn Dan? Oder so macht man das? Was sagt sie? Du denkst, ach, ich bin blöd oder so. Ich hab mir sogar gestern noch deine Videos angeguckt, gell? Ruf jemand anderes an. Das war sogar mein Video, nicht ihr. Ja, true. Okay, okay, warte, warte. Zweite Chance für Dan. Hallo. Hallo. Komm. Okay, was? Treffen. Ich hab heute leider keine Zeit, ja. Warum? Ich fahr heute Abend auf einen Geburtstag, ja. Morgen. Treffen. Danach. Ja, wie redest du jetzt treffen? Ist er ein Roboter? Nein. Treffen. Danach. Schwer. Morgen. Schwer. Morgen kann ich auch. Ich hab Wochenende immer viel zu tun. So. Warum bist du wieder hier? Heute, morgen. Und Montag. Ja. Schwer, ja. Ja. Nochmal. Frankfurt. Ja, ich schreib dir mal, wenn ich da bin, ja. Okay. Also wenn ich mal in Frankfurt bin, meine ich. Easy. Smaschen? Du bist echt genauso, wie ich dachte, wie du bist. Oh! Das ist lustig. Wie? Der hat die Effekte... Oh! Damn! No way! No way! No way! Nein! Die hat das entpöscht gesagt, ne? No way! Nein! Die hat das entpöscht gesagt, ne? Das war nicht mehr so sauer, sie war disappointed. Albe! Hi! Yo! Ich will jetzt meine Haare zeigen. Und meine Haare an. Seid ehrlich? Hörst mich worum? Ja! Ja! Du hast mich angerufen. Komm! Ja! Ja! Hm? Komm! Wo denn? Essen. Essen? Ja! Wo ist das? Essen. Essen. Stadt. Ja, ich weiß aber... Wo ist das? Ich hör noch nie da. NRW. NRW. Ja, aber... Kommst du? Ich weiß nicht, wo das ist. Ich hab draußen nicht mal Internet. Äh, Dings. Hotel. Kommst du? Wann? Jetzt? Jetzt? Später, 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 später. Ja, später. Später ist nicht schon besser, aber ich hab jetzt Training. Bad. Bad, bad, bad. Ähm... Später Hotel dann. Ja, aber später, später, ne? Got you. Smashen? Weiß ich jetzt nicht. Warte, aber ich bin mit meiner Cousine, ne? Ja, egal. Homie ist auch da. Verstehst du. Ja, okay. Warte, wann bist du denn da? Ja. So... 1 Uhr? Ja, easy. Ich schreib dir dann, okay? Okay. Bye, bye. Bye. Noch ein W. Schau die wild. Auf jeden Fall ein W. Das war fett ein W. Ich bin Carmelo. Alter, ist unbekannt noch. Und äh... Ja, so... Ich bin noch nicht so viel in Social Media zu sehen und so, aber langsam, langsam kommt. Warte, warte, warte. Let's go. Ah? Hallo? Hallo? Was geht? Ich bin bei dir. Nix, nix. Ja. Äh, komm. Komm. Ha? Komm. Was komm? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, was komm? Ja, komm. Hotel. Was sagst du? Ja, Hotel. Was ist ein Hotel? Ernst? Ja, wo bist du? Essen. Ja, schwer komm ich jetzt dahin, ja. Hä? Schwer komm ich dahin, ja. Warum soll ich Hotel kommen? Smaschen. Oh Gott. Bist du gerade eben erst nach Hause gekommen, also wieder ins Zimmer oder bist du wach geworden? Nein, ich bin wach. Ich bin wach geworden. Ah, krass, okay. Ja, komm. Und du sagst mir, ich soll jetzt bis nach Essen fahren, nur damit ich mit dir ein Hotel stellen kann? Yes. Schwer fahre ich nach Essen. Schwer. Also wirklich nicht. Also bis nach Essen fahre ich jetzt nicht, ganz vergessen. Wichtig. Gestern. Ach so. Wichtig. Warum wichtig? Für Spaß. Was? Spaß. Was Spaß? Für Spaß. Kannst du in vollen Sätzen reden oder macht ihr euch gerade einfach beide nur lustig oder so? Na. Was für Spaß, ja. Ja, Spaß. Was für Spaß. Schnell. Smaschen. Kurz. Sag ihr, VIP und so, bro. Ne, du. Apropos. Und dann rufst du mich an. Ja. Wenn du jemanden smashen willst. Ja. komm ich kann jetzt jetzt ich muss später weg das ist die erste sache und zweite sache wenn meine mutter sieht ich fahre nach essen kannst du ja ernst mein gott die wir seit vier wochen zu mir kommen aber die will so dieses oder die schreibt mir ja so smash noch nicht ich bin virgin und so bla 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 diese hat okay die so aber ja das war's jetzt mit dem video